ja hallo freunde und willkommen mal wieder und zwar werden wir heute über das über die group policy editor unter windows reden oder gruppenrichtlinien editor zu deutsch das ist ein sehr nützliches tool für administratoren beispielsweise die ja einfach um die ja das arbeiten mit dem registry zu erleichtern zu vereinfachen leider ist das tool nicht bei alle windows versionen mit dabei ja microsoft will da irgendwie geld haben für das ist nur bei den enterprise und ultimate versionen glaube ich dabei wer windows ich weiß nicht so basis versionen home oder starter edition hat der kann das so leider nicht nutzen der muss dann auch für den upgrade bezahlen so zu sagen wer das aber trotzdem nutzen möchte ja kann das nachinstallieren ganz einfach und kostenlos und legitim dafür gibt es ein kleines programm und zwar vielleicht zeige euch ich habe jetzt hier eine windows 10 home edition ja und zwar wenn ich jetzt die windows taste und r taste drücke und hier gp edit punkt msc eingeben und auch vor clay klicke um das tool aufzurufen dann bekomme ich diese meldung hier dass das tool ja nicht gefunden werden kann vertippt habe ich mich jetzt nicht das liegt daran dass das tool jetzt hier nicht bei dem home edition dabei ist nicht aktiviert ist oder installiert ich klicke das mal weg und zwar ich habe das programm schon runtergeladen hier ich wollte aber gerade vielleicht ja ich mache das jetzt einfach noch mal ich öffne mir hier noch einen neuen tab und damit dann könnt ihr gleich sehen wir das auch findet und zwar ja wir rufen uns eine suchmaschine unsere wahl auf und suchen nach vielleicht wenn er mal das hier vielleicht genau das ist jetzt okay ich gucke mal ob das mal drauf genau das ist jetzt hier die offizielle seite hier von dem das tool entwickelt hat denke ich hier wir sind versteckt ist das download link einfach downloaden zack und das schließe ich jetzt wieder und öffne mir den download folder hier das ist schon das ist eine zip datei ja ok und hier drin ist eine exe datei ich schließe das jetzt mal und gehe wieder hier das ist das hier das müssen wir jetzt einfach auspacken und die setup datei hier einfach ausführen vielleicht vorher ja um sicher zu gehen konnte das noch mal mit eure antivirus programme durchscannen lassen oder wenn er da um ja sicher gehen wollte jetzt ist das schon installiert und und finish jetzt ist das programm zwar installiert das tool das wird aber immer noch nicht funktionieren das ist weil wenn ich ja ich habe hier eine 64 bit version wie ihr hier entnehmen könnt ja ich schließe sagen da müssen wir noch ein paar sachen von a nach b kopieren da gehen wir jetzt auf c oder ich mach mal so vielleicht und zwar unter den also auf c windows ordner hier wo die systemdateien sind und hier suchen wir nach den ordnern sys wo w 64 ja hier rein und hier suchen wir jetzt nach zwei ordnern hier die beiden ordner group policy und group policy users einfach kopieren aber ich glaube die gibt es schon hier die bediene ich jetzt einfach mal um damit sie nicht löschen und zwar ich mache jetzt hier original von original falls da irgendwas schief läuft das ich dann wieder einfacher stellen kann zurück so jetzt kopiere ich hier füge das hier ein die beiden ordner aus dem sys wo w ok sind zwar die ordner da aber ich glaube die genau also wir müssen jetzt noch mal zurück in den ordner hier und dann noch mal nach der exe datei hier suchen und zwar hier das ist das hier gp edit ups das wollte ich jetzt nicht die kopiere ich jetzt einfach mal hier und füge das auch hier in den system 32 ein zack continue ok so wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe ich schließe das mal dann sollte das jetzt funktionieren und die konsole sollte sich öffnen genau und schon haben wir hier das tool und können damit wunderbar arbeiten der nachteil hier ist dass dass jetzt nicht alle optionen hier aktiviert sind automatisch leider und zwar zum beispiel hier unter administrative templates hier vorlagen da fällt jetzt jede menge ja also es ist nicht alles aktiviert hier an den vorlagen hier um zu damit damit richtig zu arbeiten wir können aber immerhin noch ein paar sachen hier machen schnell und einfach die administrative templates hier vorlagen die kann man jetzt auch aktivieren das werde ich jetzt nicht machen ja ich werde da noch ein extra tutorial machen dafür da muss man glaube ich ein bisschen tiefer in die registry eingreifen und dauert vielleicht ein bisschen länger das werde ich dann in einer meiner ja in meinem nächsten video vormachen ja das war es eigentlich erstmal alles wie gesagt ich werde dann noch ein extra tutorial machen wo wir dann die ganzen Optionen hier komplett aktivieren ich kann ja mal vielleicht kurz zeigen wie das dann aussieht ich starte jetzt mal ganz schnell eine virtuelle maschine hier ich mache jetzt mal hier rüber das ist Windows 10 Enterprise hier und mal schauen wie das aussieht da sind wesentlich mehr Optionen und Möglichkeiten ja das Programm hier das nennt sich glaube ich Dave HC oder sowas ja ihr habt ja den Link tschock ja wo ist jetzt meine ich melde mich jetzt mal hier schnell an hoffentlich klappt das jetzt auch auf Anhieb hier mit meinem so ich mache Windows Air und genau das ist schon gpedit.msc und wenn das jetzt genau das ist jetzt die Konsole das ist jetzt ich schaue mal nach ach ok das ist die Technical Preview ist aber ja ok und zwar wenn wir jetzt hier nachschauen dann haben wir hier unter zum Beispiel administrative Vorlagen ich gucke mal ups das ist jetzt meine Konsole hier ok ich Windows Komponent zum Beispiel da sollten eigentlich eigentlich genau da sind wesentlich mehr Optionen hier was mich jetzt noch wundert ja Windows Komponent zum Beispiel ah ja ok da haben wir hier jede Menge mehr Möglichkeiten hier ich lese das wieder das ist hier auf der auf meine Hostmaschine zum Beispiel unter Windows ach so ich bin ja schon hier genau es ist viel magerer hier aber ja ich hoffe ich konnte euch damit irgendwie weiterhelfen wenn ihr Fragen Anregungen habt einfach ein Kommentar hinterlassen ja ich freue mich und bis nächstes Mal